du moinsen ich versuche mal eben ein video zu erstellen ich bin ein bisschen control warrior ich hab zurzeit tagesfreizeit seit gestern hat mir haben gebrochen bzw ein bus hat mir den arm gebrochen dementsprechend kommt vielleicht ein bisschen mehr content wenn ich es aushalte hier so zu sitzen ist ein bisschen schwierig so ich mag glaube ich die starthand wieser wenn das quest ist habe ich halt schlechte karten ist das rogue vielleicht nicht so schlechte karten ihr wart es einfach ab das ist jetzt auch alles kein drama ist jemand verletzt schon mal kein quest naga ein traum das war's so wir spielen auf jeden fall die waffe in der hoffnung da war die hoffnung so was kriegen wir das hilft nichts spielt er gleich noch einen diener spiele ich auf jeden fall ein brawl weil das gefällt mir nicht die konstellation muss durchbrochen werden ja das ist ja quasi wie eine einladung schon besser er hat jetzt neun karten ja noch eine kurze ja 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 Das war nur eine Menge Lama. Das war's für heute. Ja, so, Board Clear. Er hat immer noch eine volle Hand, gefällt mir immer noch nicht. Wir haben zwar zweimal, dreimal oder drei Schnisch. Da brauch ich einen Discount. Ist jemand verletzt? Ja, das kannst du gerne machen. Aber juck mich nicht. So, noch zwölf Karten. Äh, die hätte ich gerne. Glaub ich tausche durch. Glaub ich besser. Zwölf. Acht auf Hand, neun auf der Hand, acht tauschen. Stoffe, die ihrer Majestät frohlich sind. Hier. Schnell entscheiden. Ja, ich bin wieder. Ich habe wohl die Oberfläche verloren. Das braucht nur keine Wege. Ich muss mich entscheiden. So. Jetzt muss ich noch ein bisschen drawen. Mich! Nimm mich! Ja, krass, hier ist es. Ich habe ja auch immer noch ihn hier. Da aufgeräumt. Was für Geheimnisse werden wir noch? Sag Fischlein, habt ihr getan, was ihr aufgeräumt habt? So, das ist schonmal nice. So, das ist schonmal nice. Was ist das? Sängender Heap! Euch geht einfach die Perspektive! Acht Karten. Das wären... 18, 6 und... 36, wenn ich den... Mein letztes Key-Element ziehe. 36. Au, au, au. Mein Arm tut weh. Tut mir leid. Ich wollte nicht rumjaulen. Wie lässt mein Blut kochen? Wie hoch kannst du denn pumpen? Sagt Fischlein, habt ihr getan, was ich euch aufgeräumt habe? Bisschen... Ja, wahrscheinlich. Okay, ich hab noch mit Polion. Zwei... Fischlein, habt ihr P forgett. Jetzt gehen wir. Ja, wir können jetzt aufgeräumtfahren, und fertig! Wenn sie das hier habt, nichts zu halten! Ach so weiter! Ach so weiter! Ach so einen Punkt! Ach so weiter! Ach so weiter! Ach so weiter! gg gg danke für den bern ein spiel meine fresse was für ein